Ich will ihn eigentlich nicht schaden, ich will ihn einfach hier so haben, dass er schön ist, vielleicht auch irgendwann mal noch schöner machen, so ein bisschen aufpäppeln, dass er noch wunderbar aussieht, noch viel schöner als davor, wieder Begeisterung beim Leben hat und so, weißt du? Vier Setzlinge dürfte eigentlich okay, da schon wieder welche? So, sechs Setzlinge ist eigentlich okay. Was ist das eigentlich für Unkraut? Ich glaube auch so, so, gell, krass. Plus mit einer Dex-Direktur, Dextur. Eins, zwei, drei, vier, fünf, noch ein Baum hinterm Haus. Sechs, wunderbar. Wunderbar, Moment, wo war ich eigentlich nochmal? Warum habe ich jetzt eigentlich Holz? Ich bräuchte hierfür halt Holz. Ist jetzt natürlich die Frage. Wie sieht es denn eigentlich aus? Puh, da müsste ich ja eigentlich das so machen, dass es noch was aussieht, einigermaßen. Es sieht zwar immer noch doof aus, aber ändern kann ich es nicht. So. Der Ofen kügelt noch vor sich hin. Warte mal noch kurz. 28. Genau, die würde ich haben. Neue Rezepte verfickbar. Und nein, ich schaue nicht in mein Rezeptebuch. Warum soll ich bitte schon in mein blödes Rezeptebuch schauen, wenn ich die Rezepte auswendig kennenspiele? Warum hat man sowas eigentlich hinzugefügt? Ist natürlich geil und auch gut für die Anfänger. Aber sonst so, ich finde es nicht gut. Zerstört irgendwie so ein bisschen hier. Ah, die Motto. Oh Gott, Hilfe. Er zerstört so ein bisschen hier die Minecraft-Umgebung, die Welt. Ach, weiß, weiß, ich benutze hier einfach beide Türen. Habe ich hier noch beide? Ja, da ist noch die dritte. So. Oh, das Oben nervt mich alles. Das hier ist halt nicht so... Ah, das Ofen... Das Ofen. Das Oben nervt mich. Aber jetzt was, ich glaube, wir machen mal so eine kleine Abwechslung da oben. Ich habe mir gerade überlegt, eventuell Holz... So einen Holzbalken reinzumachen. Oder einfach mal hier so... Den Stein oben nochmal reinzumachen. Weil die Glasscheiben können wir ja trotzdem verwenden. Das ist ja mit denen kein Problem. So. Ich weiß gar nicht, wie das Haus zum Schluss aussieht. Oh. So, dann machen wir hier noch Bruchstein rein. Ach, wir haben noch 16. Hallo? So. Doch, sie sieht eigentlich schon gut aus. Weiß was, dann machen wir hier auch mal. Doch, finde ich eigentlich schon geil. Hat irgendwie was. Hat irgendwie was. Sieht gut aus. Liegen da Saplings. Nee, ich glaube nicht. Husch, husch, weg, Baum. Ich brauche deine Saplings. Ich schee neue Bäume pflanzen muss. Da habe ich gerade Blob gehört. Und ja, die auch hier. Nee, glaube nicht. Ich hoffe mal, dass die Bombe jetzt hier nicht zu groß werden. Die noch spawnen werden. Weil sonst habe ich hier ein Problem. Und zwar ein ziemlich hässliches. Oh, wie schön. So, hier. Weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt hier reinmache. Könnt mal. Ist jetzt die Frage. Vielleicht hier auch wieder. Nee, ich glaube, das hier sieht nicht so gut aus. Willen wir den hier machen? Doch, das sieht schon besser aus. Dann machen wir hier einfach die Tür rein. So. So. Okay, die Bäume ist hier noch nicht gewachsen. Und das ist ja gut. Ich weiß es nicht. Hier so. Und dann vielleicht wieder. Hier so Holz. Oh, sieht die geil aus. So, wunderbar. Neues Samuel. Oder ich mache hier nochmal so ein Design-Element mit dem Stein rein. Ich habe hier gerade irgendwie hier. Ich weiß nicht. So. Boah, ich habe es gerade irgendwie mit dem Stein wenden. Jetzt will ich hier irgendwie alles aus Stein machen. Ja. Ja. Ne, ich habe nichts gesagt. Ich habe zwar gesagt, drüben in dem Haupthaus. Und das hier ist ja nur so ein kleiner... Das hier ist ein kleiner Keller hier. Da werde ich keinen Stein hier reinbauen. Das werde ich dann nur drüben im Haupthaus machen. Aber jetzt baue ich hier auch Steinen rein. Ich kann schon mal sagen, das wird, glaube ich, ein sehr großes, großes, riesig großes Projekt. Was ich jetzt hier angefangen habe. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich will gar nicht mehr. Schau bei Angst. Es wird zu groß. Viel zu groß. Und dann müsste ich hier noch vielleicht mit Valentin weitermachen. Irgendwann. Wenn es so groß wird. Draußen sieht es eigentlich auch okay aus. Weil kann ich hier hinten vielleicht noch eine Kiste hinmachen oder sonst was hinbauen. Vielleicht hier zwei Zäune. Das wäre eigentlich auch noch gut. Dann kann ich halt da noch irgendwas hinstellen. Ja. Aber jetzt mache ich wieder Nasputz. Moment. Dann gehe ich noch mal kurz schlafen. Putze währenddessen dann die Nase. Zack. Oh, wie schön. So, guten Morgen, Welt. Willkommen zurück. So. Ach stimmt, da ist jetzt Glas. Ähm, ich weiß halt nicht, was ich jetzt hierhin baue. Ich glaube aber... So. Wunderschön. Ich bin gerade so vollkommen überrascht von mir. Ähm, daher, dass es ja eigentlich nur so ein kleines Häuschen wird. So, so, so. Ein Schlafbereich. Wird das Ding jetzt doch ein bisschen zu groß. Und ich könnte jetzt eigentlich da noch ein zweites Stockwerk drauf bauen. Eventuell. Aber ich glaube eher nicht. Ich glaube, ich lasse es sogar so. Und baue da halt dann nur Dachboden obendrauf. Und mehr mache ich da, glaube ich, auch nicht weiter. Weil das wäre dann halt wieder so richtig groß und... gigantisch. Aber ich glaube, hier mache ich wieder dieses Designstück rein. So, noch kurz warten. Weil das gefällt mir jetzt doch ganz nett. Nein. Ähm, nein. Irgendwie doch. Nee. Äh, äh, äh. So. Oh, ich kann mich gerade irgendwie nicht konzentrieren. Konzentrationen lässt nach. So. Und da halt hier wieder Glasscheiben. Ups. Hm. Jetzt weiß ich nicht. Soll ich jetzt die Fenster hier bis zum Boden runterziehen? Oder nur hier? Der Fensterfront bis zum Boden. Puh, probiere ich mal. Wäre eigentlich auch mal interessant hier, wie das dann aussieht. Sieht gut aus. Finde ich wirklich. Gefällt mir. Ich weiß nicht, wie es hier aussehen wird. Ähm, mit dem... Mit der Truhe hier. Oh Gott, Skelett. Äh, ich meine mit dem Ofen. Aber ich kann ja eigentlich den Ofen... ...ganz locker... ...hinschießen. So, der Ofen weggeöfelt. Gefällt mir. Muss ich gerade wirklich sagen. Äh, Hilfe. Äh, sieht schön aus. Das gefällt mir. Ah, genau. Das hier meinte ich. Das mit der Werkbank. Das neppt dann hier das Ding dran. Das finde ich jetzt nicht ganz so gut, aber... Ne, kann man... Ne, mache ich hier. So. Sieht aber nett aus, das Haus. La, la, la. Du, 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 du. So, mehr Holz abhacken. Brauchen wir nämlich jetzt für die ganzen Slabs. So. Ach ja, ist ja schön. Vor allem, ich muss auch gerade mal sagen, ich bin eigentlich jetzt nicht so ganz der Typ dazu, äh, dafür. Der eigentlich jetzt hier nonstop aufnimmt und sonstige Sachen macht. Ähm, irgendwann vergeht mir dabei auch die Lust wie anderen. Aber, was das Entscheidende ist, das war, warum ich gerade hier ein bisschen länger aufnehme, als ich sonst halt immer, äh, meine eigene Staffel aufnehme. Und zwar, äh, wir produzieren das sozusagen auf voraus so ein bisschen. Und da will ich halt jetzt auch so ein paar Erfolgen wieder haben, aber nicht so ganz viele, weil... Irgendwann vergeht mir halt dann auch währenddessen, während ich spiele halt auch, sagen wir mal, der Spaß und so. Und dann habe ich jetzt nicht so ganz, äh, sehr viel Lust und Motivation hier voll durchzuziehen und fünf Stunden hier aufzunehmen und so, wie andere, ähm, Leute es tun. Aber... Ja. Das ist der Grund. Flups. So. Dann mache ich hier mal die Slaps drauf. Ähm, ich weiß jetzt aber nicht, wie ich dann hier oben den Dachboden mache. So. Ob ich jetzt hier die, äh, die Baumstämme weiter nach oben führe und dann oben ein Dach... Ich glaube, hier mache ich sogar gleich den Dachboden drauf. Ähm, ist vor allem hier... Ja, doch, sieht schon gut aus. So, stell dir mal vor, ich würde jetzt, ähm, stattdessen hier einfach nur die Höhe vom Raum machen. Einfach hier so, wirklich so 20 Meter hoch, den Raum hoch, äh, führen, schießen und dann, ähm, hat man halt hier so einen, so einen Kilometer hohen Raum und dann schaut man halt von diesem kleinen Raum oben hin und dann sieht man halt sogar die Decke, äh, die, die, den Himmel, die Wolken im Haus durchfliegen. Wäre zwar ein bisschen groß und es wäre halt auch nur ein Raum, ein Stockwerk. Sieht auch ein bisschen, vielleicht ein bisschen doof aus von außen, aber... Ich stelle dir das dann mal vor mit lauter Stockwerken drin. Wer weiß, vielleicht sieht das aber richtig dann gut aus. Ich weiß nicht, ich glaube, ich verwende jetzt doch das hier weiter. Ich hoffe, die Slaps reichen. Die müssten reichen. Ähm, ich bin mir jetzt nicht auch ganz sicher, was... Ich bin mir jetzt nicht auch ganz sicher. Ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher, ähm, wie lange ich jetzt, wie gesagt, die Folgen mache, äh, also folgen, wie bisher. 20 Minuten. Wie lange ich jetzt noch aufnehme? Weil ich nehme jetzt auch schon, äh, eine Stunde 16 auf. Wird heute gerne auch noch was anderes machen. Wird gerne noch City Skylands durchrennen. Äh, für morgen dann, für Montag. Ähm, das würde ich heute auch noch gerne machen. Da muss ich mal schauen, wie ich dann heute noch so hinkomme. Da würde ich noch, oder ich wollte noch mit jemandem dann, äh, was spielen, also privat spielen. Mit Super Salat. Vielleicht kennt ihn noch jemand. Oder überhaupt noch jemand. Ähm, der hat damals, oder den hab ich mit Lars, damals, ähm, in der Bedwurst-Zeit. Äh, kam ja auch auf meinem Kanal, Bedwurst und so. Hab ich den ja kennengelernt. Äh, ist, ist ganz nöt, der gute Herr. Hab jetzt auch schon seit ewiger Zeit leider nicht mehr mit ihm geredet. Ähm, auch nicht mehr gespielt. Aber wir haben halt wieder geschrieben, also er hat mich letztes Mal im Stream angeschrieben. Da hat er geschrieben, ja, klar, können wir gerne mal wieder spielen und so. Und dann hab ich halt, äh, die Woche, bin ich mal wieder auf ihn zugekommen, hab halt gefragt, ja, hey, Super Salat, willst du mal wieder die Woche spielen? Also Zeit und so. Da hat er mir halt gesagt, ja, weißt du was, da hab ich Zeit, da können wir gerne spielen. Ähm, da hab ich's leider so ein bisschen vergessen. Und daher wollte ich heute gerne noch am Sonntagabend oder heute Abend zum, toll, da geht's ja runter, äh, heute Abend so ein bisschen noch mit dem Spielen. Und das werde ich dann heute noch machen. Dann werde ich heutzutage, äh, heutzutage, dann werde ich heute noch den Sonntag so ein bisschen ausklingen lassen. Äh, so schön beenden für morgen oder bis morgen Montag. Und dann schau ich mal weiter, ob ich morgen überhaupt zu Hause bleib, weil ich so ein bisschen äh, äh, krank bin und so. Ich hoffe, das bessert sich bis morgen wieder. Da bin ich ganz tot, wenn ich zu Hause bleib, zu Hause lieg. Aber, pff, das seh ich dann morgen. So. Und dann noch hier im Schlafbereich ein paar Fackeln. dass hier noch dann nachts irgendwelche Monsters spawnen. Das wär jetzt nicht so ganz gut. Aber sonst finde ich's gut. Guten Tag, Baum. Vielleicht lass ich sogar den Baum hier stehen. Will ich hier ne Fackel hin? Da hängt eine. Ja, lass ich so. Sieht schon gut aus. Ah, das ist schön. Ach, weißt du, was ich einfach machen werd? Und zwar werde ich jetzt, glaub ich, nicht, äh, noch mehr Folgen aufnehmen. Ich glaub, ich lass es jetzt gleich mal dabei bleiben, behalten, äh, so wie es jetzt hier steht, mit dem Bauen und mit der Folgen, äh, gelingen sie, denn ich werde einfach morgen, Montagabend, äh, da werde ich dann, äh, weitermachen mit dem Aufnehmen. Äh, ich glaub nicht, dass der Waldspieler dabei ist, aber dann werde ich da einfach mal wieder weitermachen. Äh, dann mach ich da halt weitere vier Folgen. Wenn ich jetzt acht Folgen oder zehn Folgen machen würde, mir geht's halt jetzt gerade auch nicht so gut, dann, das find ich jetzt auch ein bisschen blöd. Daher würde ich einfach sagen, Musik ist schön aus, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wo ich wahrscheinlich wieder alleine sein werde, oder immer noch alleine sein werde, da Herr Valentin halt immer noch in der nächsten Folge krank sein wird. Deswegen würde ich einfach mal sagen, Dankeschön fürs Zuschauen, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Minecraft LPMT Staffel 2 und damit Dankeschön fürs Zuschauen, bis zur nächsten Folge und Ha, ich geschlafen. Ciao, tschüss, tschüss, tschüss.